Rose Anthony hat wieder geheiratet. Mit so einem Zeichen der Liebe haben wir von dem Entertainer nicht gerechnet. Rose Anthony, der bereits seit 2006 mit seinem Paul Reeves in einer eingetragenen Partnerschaft war und seit 2017 offiziell verheiratet ist, hat sein Eheversprechen erneuert. Zumindest lässt ein kürzlich gepostetes Bild darauf schließen. Seit mehr als zwei Jahrzehnten sind die beiden nun schon in einer Partnerschaft. Paul Reeves ist sein Seelenverwandter und die Liebe seines Lebens. Paul und Rose lernten sich auf einer Party in London kennen. Die beiden sind vor allem durch die Musik miteinander verbunden. Auch jetzt noch treten sie von Zeit zu Zeit zusammen auf. Zuletzt im Rahmen ihrer eigenen Weihnachtsshow. Paul ist ein äußerst begabter Opernsänger und fühlt sich auf den Opernbühnen dieser Welt zu Hause. Rose Anthony hingegen ist der hibbelige, witzige Typ mit Entertainment-Feeling. Beide ergänzen sich wunderbar. Es ist schön zu sehen, dass sie anlässlich des 20-jährigen Bestehens ihrer Partnerschaft ihr Eheversprechen erneuern. Wir gratulieren den beiden zu dieser wunderbaren Nachricht und wünschen alles Gute für die Zukunft. Bis zum nächsten Mal.